Aber da, wer ist das? Er flattert vom Himmel wie ein junger Vogel. Seine Flügel sind komm größer als die einer Taube. Oh, nun ist er beleidigt. Er sagt, er ist keineswegs sehr jung. Sein Name ist Ramiel. Und er ist fast 2000 Jahre alt. Er ist der Engel von Liebe und Mitgefühl.